Ja, es macht Spaß. Ach komm, ich werde nochmal Elektro ein bisschen probieren. Was macht er denn in Entfernung? Ah. Oh, jetzt müssen wir его mitnehmen. Okay. ... 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 Untertitelung. BR 2018 Das ist doch schrecklich. Ich habe keine Ahnung. Startet er mit einem Schild? Oh, das war ja. Ne, das muss er nicht zuschreiben. Hm. Er hat einen mehr Sinn gemacht. Um. Er hat einen mehr Sinn gemacht. Ich habe jetzt eine Spatula bekommen. Mist. Ich habe jetzt eine Spatula bekommen. Müsste ich eigentlich proben, oder? Ja. Duraka finde ich wirklich ganz gut. Jetzt spreche ich gerade mein Konto. Mein Konto. Ich habe jetzt eine Spatula bekommen. 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 Aber zu viele Zweier. Na gut. Ich habe fast alle Zweier außer Erachtungsmann. Ach du hast was. Ich habe jetzt eine Spatula bekommen. 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 Frechend. Ja. Aber es ist okay. Ich habe jetzt eine Spatula bekommen. 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 Schaft denn. Aber ich muss sagen, man verliert eigentlich gar nicht ganz so viel. Du kannst aber nuns Echo auf Soraka setzen? Ne, doch, doch, klar, kannst du. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Also, Andy würde ja wirklich gerne genommen, oder? Ja, ja, wäre sie ja auch. Das ist ja auch wirklich anders. Schreckliche Tante, oder? Ja, das ist so. Na, komm, wir haben jetzt jemanden, kalt ich jetzt, von ihm. Das ist ein Herbst. Da machen wir uns hier richtig. Auch Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Rüstung, 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 Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Rüstung, 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 Rüstung. Rüstung, 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 Rüstung. Frech. Mal so rum. Mal so rum. No, Krista. Mal so rum. Mal so rum. Mal so rum. Ah Ach, muss ich Scanner noch aufstellen. Oh je, jetzt muss ich langsam was machen. Ich krieg nichts mehr tot, ey. Denk nicht nur danach. Ich glaub Etsy überzeugt mich überhaupt nicht. Na gut, ich hab gerade auch keine E-Tons für ihn. Was ist denn so wirklich? Okay. 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 Wow Schau, da ist noch gut lebens bei uns, ne? Ach, verdammt Ich mache nur leider halt keinen Schaden Schau, wie man rausgelaufen Das ist ne Asche, oder? Ach, verdammt Ach, verdammt Ach, verdammt Ach, verdammt Ach, verdammt Ich glaube ich habe mich zu spät für irgendwas entschieden Okay Das ist nichts anderes Ach, verdammt Ach, verdammt Vielen Dank. Hmm. Dann haben wir wieder den Olaf. So ein Olaf. Was könnte ich denn noch gebrauchen? Ocean? Ein Ocean brauche ich noch. Irgendwas Oshiges. Was ist das? Ja. 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 Okay. So. Mehr geht da nicht. so gut wie was hast du? das 8. Spiel in Folge, was ich gerade verliere da fühlst du dich gut, also verlierst du ja gar nicht eindeutig, oder? ne, überlebt immer nur einer oder zwei so gut Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Hoch. Jetzt sind aber viele draufgegangen. Ja, der hat mich richtig, der Shop Shark Gaming hat mich richtig gut gemacht. Und Eutergesicht. Mit Kavims meinst du. Ja. Ja, beide sind selbe. Beide Eis. Cool. Hm. Vier Poison, drei Predatoren. Vier Glashill. Ne? Ja. 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 Das cool ist wie die Wannamen Prince actually ist. Ja. Jetzt habe ich aber leider nicht so viel Schaden. Weil? Äh, Ash nicht so offensive Items mit den Fäustlingen hat. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, wow! Hey! Glückwunsch! Danke! Heißt, Leute! Ja! 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 Ja!